Miau, willkommen zurück in Sacred. Äh... Wie mach ich die Konsole weg? Ah, okay. Die kommt, wenn ich Ü drücke, aber sie geht nicht wieder weg, wenn ich Ü drücke. Das ist blöd. Ja, wir haben noch so ein paar Questis... Ah, ah! Ist ja beides nicht so weit weg. Können wir beides machen, bevor wir die Quest abgeben. Gehen wir erstmal nach unten in den Walde. Ich glaube, wir müssen auch über die Brücke... Oh, hier ist noch ein... Nee, waren wir schon. Gar nicht wahr. Darunter müssen wir... Ich finde, Brücken sollten ganz dick und fett markiert sein auf der Karte. Ist gar nicht weit. Ist wie in Wales. Man denkt, die Orte wären alle voll weit voneinander entfernt. Das war sehr lustig, als ich... ...den Urlaub letztes Jahr geplant hatte. Ewig viel Zeit für die Anreise... ...verplant. Und dabei war das alles... Also alle Ortschaften da... ...sind so nahe, das meint man gar nicht. Tja, kommt vor. Oh man, das Pferd! Ihr untoten, komischen... Oh, scheiße! Das war das Pferd von Adelina, hm? Ach, jetzt müssen wir dich aber zurück nach Hause bringen. Ach egal, ja. Ich bin Adelina, Tochter des Grafen von Silberbach. Euer Auftrag lautet, mich nach Hause zu bringen. Wohl an, denn führt den Weg zu meinem Vater... ...zu meines Vaters Villa. Ich bin ausgeritten, um Hasen zu jagen. Als plötzlich Wölfe mit Schaum vorm Maul mein Pferd und mich angriffen. Verflucht! Oh Verzeihung, mein Bein ist verletzt. Bitte seid so gut und bringt mich nach Hause. Ja, dein Bein ist verletzt. Das schöne ist, ihr habt das schon gesehen an dem netten Huhn, das wir mit nach Hause gebracht haben. Wenn wir zu weit weg rennen, porten die sich. Da ich aber eh nicht mehr weiß, wie Rennen funktioniert, ist das gerade auch relativ egal. Ah, das ist auch sehr toll, sie hat Pfeil und Bogen und kämpft. So habe ich es gerne, wenn ich die schon eskortieren muss. Dat Adelina. Komm weg von die Wölfe. Dein Vater ist ganz da oben, gell? Genau, und dann bleibt uns gleich noch die Schatzkarte des Betrunkenen. Und euch machen wir erst danach. Ihr seid nämlich voll nervig, ich erinnere mich noch. Ich meine auch, dass ich die Quest auch ein paar Mal... In diesem Gebiet muss das Missionsziel sein, da bin ich ganz sicher. Auch ein paar Mal nicht geschafft habe, weil der andere Typ so doof ist. Ihr Götter Adelina, du lebst doch zu euch. Es scheint, meine Tochter wird wohl nie einer dieser höfischen feinen Damen werden, sondern weiterhin ihrem Vorbild, der Baroness Vilja, nacheifern. Denn wenn sie so tapfer wie ihr wird, sollte ich dies verkraften können. Ich danke euch für euren Tatendrang. Nehmt dies als Zeichen meiner Hochachtung und Anerkennung. Ähm, schade ist übrigens... Oh! War das dein Bogen oder was? Den habe ich dir aber nicht gegeben. Boah. Schmuf. Ähm... Ach, verdammt, was wollte ich sagen? Mein Gehirn. Äh, da im Wald. Okay. Ah ja, genau. Ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier ist. Ich muss mich mal erkundigen. Ich fand das nämlich ganz toll, dass wir in Diablo ja auch Gefährten hatten. Söldner. Hier irgendwo ist der böse Stier. Aber wo ist die Quest für den Stier? Weiß ich nicht. Ähm... Warum leuchtet denn die Quest nicht? Ja, ich glaube, weil es halt eigentlich keine ist. Glänzendes Licht. Hopp. Und jetzt müssten wir... Ja. Da leuchtet's rot. Ja, das war toll in Diablo. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier sowas ähnliches auch gab. Ich glaube, irgendwie schon. Ah. Ihr seid ja böse. Da müsst ihr sterben. Okay. Hat funktioniert. Da unten. Glänzendes Licht. Jetzt ist wieder die große Frage, auf welchen Weg kommen wir da rein in dieses Gestrüpp? Mal schauen. Da drinnen. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Quest. Aber nur ein bisschen. Ja. Ist irgendwie lustig. Ich spiele eigentlich immer Frauen. Wenn sie so spielen. Und ich hab schon immer... Ich hab wirklich fast immer Bogenschützen gespielt. Magier ganz selten. Ich hab nur in Diablo die Magierin gespielt. In Diablo 2. Natürlich. Wenn ich von Diablo rede, mein ich immer Diablo 2. Ähm. Oder die Assassine. Die war auch noch cool. Aber eigentlich waren's ansonsten immer Bogenschützen. Wirklich immer. Ich hab hin und wieder immer die... Okay. Der war so groß. Hat mir kurz Angst gemacht. Aber der hat auch nicht mehr Energie als die anderen. Ich hab zwischendrin immer mal die anderen Quests versucht. Ach Quests. Charaktere. Die Klassen. Versucht. Aber so lange gefesselt haben die mich nicht. Ich find auch immer, dass die Magier... Die sind gegen Ende hin unfassbar stark. Aber bis das mal soweit ist... Ups. Ich komm immer auf die rechte Maustaste. Bis das mal soweit ist, find ich die immer sehr... Äh. Oh, ein Minotaurus. Ach Scheiße. Jetzt ist natürlich meine Attacke nicht aufgeladen. Und das! Ich benutze den Heiltrank lieber immer ein bisschen früher. Weil... Wenn's dann soweit ist, dass ich wirklich dringend einen bräuchte, guck ich wieder nicht drauf. Ich kenn mich. Uh, ein Level. Ich will aber erst die Höhle machen. Oh, ach das hier ist das glänzende Licht. Oh ja, das ist schön. Oh, viel Gold. So much gold. Ist auch schön, dass man einfach durch die Mausposition ganz schnell das Ziel wechseln kann. Das ist sehr schön in Kämpfen. Vor allem, wenn so blöde Gegner einfach weglaufen. Oh. So unnötig. Ach so, ja. Ich hab noch kein so richtiges Prinzip mehr überlegt, nachdem ich das mache mit den Attributen. Ja, die kann weg. Mach sie weg. Mach da nicht. Dann bleib halt für immer da. Äh. Ja. Ich hab mir da jetzt auch kein super ausgefeiltes Skillsystem überlegt, das uns hier langfristig am weitesten bringt. Ich mach einfach so, wie ich denke. Gibt's nicht auch irgendwann einen Moment, wo wir uns nochmal umskillen können? Nee, bei was ging das? In welchem Spiel war das? Ah, ich verwechsel das immer alles. So, wir haben da noch die zwei Männer. Oh, hier waren wir noch nicht. Da ist noch ein ganzes Fass, das können wir so nicht lassen. War aber gar nichts drin. Ich find's schön, dass man diese kleinen NPC-Tierchen nicht töten kann. Weil sowas hasse ich ja. Schriftrolle. Warum verkaufen, wenn wir doch lesen können, auch wenn uns das nix bringt. Gesetze aus der Baronie de Mordray. Okay. Es ist Vampiren verboten, sich zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang innerhalb der Stadtgrenzen aufzuhalten. Verständlich, weil die sind bösartig. Wollte ich in meiner Stadt auch nicht. Hm. Küha. Da ist der Bulle. Jetzt ist er noch nett. Oder war das auch Guild Wars? Verwechsel ich grad meine ganzen Spiele? Bist du das? Aus der Stadt? Läufst du uns nach? Ich will's nicht hoffen, das wär creepy. Mal gucken, was du willst. Wollt ihr mir zu Diensten sein? Ich habe ein seltenes Kunstwerk erstanden. Einzig der gleiche. Bring doch bitte einen Kunstexperten herbei, auf das er den Wert überprüfen kann. Ich hörte gar seltsame Laut in Richtung der alten Ruine wandern. Die Zeit ringt seit innerhalb eines Tages zurück. Oh. Sei tapfer. Was? Wo ist denn die Quest? Warum wird die mir hier denn gar nicht... Ach Gott. Da hinten. Oh shit. Hauptsteck auf. Wenn wir jetzt Feinden begegnen, versuche ich jetzt mal, die ganz einfach zu umgehen. Wir müssen noch eine Straße weiter runter. Okay. Renn, Pferdchen, renn. Ist hier die andere Straße? Wir sind schon drauf. Gut. Schnell wieder Wind. Geht's jetzt schon nach unten? Hier runter. Ach. Seht ihr? Jetzt wird's gefährlich. Ja. Scheiße. Runter. Kacke. Deswegen tut man das nicht. Da waren jetzt nämlich gleich schon wieder Schamanen dabei. Ja, dann tötet erst den Schamane. Ja, warum hier auch Nahkämpferklassen doof sind, ist, dass die Goblins halt immer wegrennen. Das kann uns hier mit unserem Pfeil und Bogen egal sein. Aber sonst muss man denen halt immer nachlaufen. Und gerade wenn man diese Raphim hat und so eine geile Klingen-Kombo macht, dann rennen die einfach weg. Das ist ziemlich scheiße. Okay, aber das hat schon mal geklappt. Wir müssen uns trotzdem beeilen. Ich lasse das Pferd stehen. Da oben ist die nächste Stadt. Könnte man halt... Scheiße, seht ihr? Der hält mich jetzt nämlich fest. Und das ist scheiße. Wenn wir hier mit dem Pferd versuchen wegzurennen und schon zu viele Gegnergruppen auf uns gelockt haben, dann ist das richtig brenzlig. Stirbst du, oder? Natürliche Auslese! Naja, nicht so ganz. Okay, das könnte jetzt zum ersten Mal sein, dass ich glaube, dass es knapp wird mit einer Quest gegen den Gegnern. Und weil ich halt nicht weiß, wie der Tag so richtig gezählt wird. Wie der Tag gezählt wird. Ja. Ich lasse natürlich nicht mein Loot liegen. Das wäre ja ganz schön dämlich. Die Zeit muss dann schon sein. Ja, da unten ist es. Gut, gut, gut. In kleinen Gruppen alles absolut kein Thema. Ja, der schießt noch auf uns. Zack, zack, zack. Schon tot. Der Künstler. Ich lese gerade den Todeskünstler von Cody McFadyen. Der ist kein schöner Künstler, Leute. Ich sag's euch. Haltet euch von dem besser fern. Wie sie sich alle den Glitzerstaub auflösen. Naja, mir soll's egal sein. So. Äh. Da ist nicht der Künstler. So. Hallo. Meine Dienste als Kunstexperte werden benötigt. Dann bringt mich schnell zu eurem Auftraggeber. Ja. Also jetzt wartet mal kurz. Haben wir irgendwas, was du gebrauchen kannst? Geht das? Nee. Ja. Was wir hier noch so alles eingesammelt haben, gucken wir später. Ich versuche jetzt mal genau auf den Weg zurück zu laufen. In der Hoffnung, dass wir nicht so viele neue Gegner anlocken. Ach, sieht schon schlecht aus. Aber es gibt ja auch Leute, die man eskortieren muss, nicht eskortieren, die dann immerhin klug genug sind, auch wegzurennen, Schamane. Gut. Ach, Fick. Sorry. Man hat hier nicht so viel Gefolge mit sich. In seinem letzten Atemzug noch den anderen gespawnt. Ich glaube, die Gegner sind... Oh, guck mal, Grab. Könnte jetzt gefährlich sein. Ja. Ja. Yolo. Und das! Das war knapp. Warum habe ich das getan? Es geht auch schnell mit dem Energieverlieren. Echt gefährlich gerade. Ich bin so blöd manchmal. Was zieht der mir denn so viel ab? Ach, wo selbst in Frieden? Ja, hätten wir das dann auch gemacht. Hallo Pferd. Nee, war schon mal eine schlechte Idee. Ach cool, wir haben endlich einen dritten Slot. Ich weiß, sein Sicht dauert ja nicht lange, aber durch die ganzen Gegner, die einen hier so aufhalten, ne? Das seht ihr ja schon. Und das seh ich nicht von den Goblins, ach... Dass ihr immer so viele seid. Das sind doch meine absoluten Hassgegner in diesem Spiel. Memme. Weil es immer so elendig viele werden. Ich weiß gar nicht, wie lange der Part schon ist. Wir geben auf jeden Fall die Quest noch schnell ab. und laufen durch das Dorf, weil da gibt's theoretisch gar keine Gegner, im besten Fall zumindest. Und wenn doch, dann sind es an sich nicht so viele. Der Künstler. Hier, du wolltest ihn unbedingt. Ich hab ihn hier gebracht. Formidable Arbeit hier, nimm dies zum Dank. Bom, 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 bom. So, ihr Lieben. Stufen auf... Nicht im Traume werde ich jemals freiwillig in so einer Stadt leben. Stufen auf... Stufen auf... Diek und Händler und die zwei machen wir dann nächstes Mal. Bis dann. Hier ist das Oben. Geln.